Ja, das ist sie, die kleine Jill und die ist echt extrem süß. Ich hätte sie gerne auf den Arm genommen, aber wir wollten sie nicht allzu sehr stressen. Sie kennt uns nicht und sie hat wirklich für ihr junges Leben schon viel, viel durch. Vier bis sechs Monate alt ist sie und sie wurde vom Veterinäramt beschlagnahmt aus einer völlig vermüllten Wohnung mit weiteren 13 Katzen. Ja, dort gab es nur Dreck und Gestank, kein Futter, keine Katzenklos, kein Wasser und deshalb ist es ganz wichtig, dass sie ein neues Zuhause findet, wo sie merkt, dass Menschen es wirklich gut mit ihr meinen. Die Jill ist stupenrein, sie ist verspielt, sie ist ein bisschen scheunach, wie gesagt, aber das bekommt man hin mit Geduld, da sind wir uns ganz sicher.